Wie erwähnt, CSU-Chef Markus Söder hat seine Kandidatur also zurückgezogen und akzeptiert das Votum für CDU-Chef Armin Laschet. Das hatte Söder dazu zu sagen. Verantwortung fürs Land, das wäre die Bereitschaft gewesen zu kandidieren, aber es gibt auch Verantwortung für die Union. Nur eine geschlossene Union kann am Ende erfolgreich sein. In unserer Demokratie, die wir leben, die nicht nur eine Demokratie ist nach Ritualen des Gestern, sondern die Modernität auch erfordert, ist es wichtig, dass Parteien nicht nur diskutieren, sondern sie am Ende auch zusammenfinden. Wir wollen keine Spaltung, wir wollen eine geschlossene Gemeinschaft. Deswegen haben wir das immer gesagt, es gibt kein Kreuz 1976 und es gibt auch keinen Sommer 2018. Natürlich gibt es unterschiedliche Ambitionen und Personen, aber für mich ist und war wichtig, dass wir als neue CSU in diesen schwierigen Zeiten Anstand und Stil zu dem Grundprinzip der Gemeinsamkeit setzen. Ich habe gestern gesagt und einige von Ihnen haben mich gefragt, gilt das dann auch? Genau diese Frage. Die CDU muss entscheiden und wenn sie entscheidet, halten wir uns daran. Das habe ich gesagt und das gilt auch. Die CDU hat gestern Abend getagt und entschieden. Und wir akzeptieren das und ich respektiere das. Ich habe Armin Laschin angerufen und habe ihm gratuliert, habe ihm auch gesagt, dass wir jetzt als CSU akzeptieren. Wir haben ihm auch die volle Unterstützung angeboten als CSU in diesem, wie ich glaube, außerordentlich schwierigen Wahlkampf, den es geben wird. Und wir werden ihn ohne Groll mit voller Kraft unterstützen. Das kann ich für mich ganz persönlich, aber ich glaube auch für unsere CSU sagen, das werden wir tun. Das ist das, was wir tun.